Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand aus Anlass des 77. Jahrestages des 20. Juli 1944. Dies geschieht aus aktuellem Anlass, jedoch nur auf diesem digitalen Weg. Für die Gedenkstätte Deutscher Widerstand bedeutet dieser Jahrestag auch immer wieder, einen Moment innezuhalten und 77 Jahre nach dem Umsturzversuch, nach der heutigen Bedeutung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und nach dem öffentlichen Interesse an diesem Thema zu fragen. War das Jahr 2019 mit dem 75. Jahrestag des 20. Juli 1944 ein Jahr, in dem viele Veranstaltungen, Ausstellungen und Diskussionen zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus stattfanden, so änderte sich dies mit der Pandemie seit März 2020 grundlegend. Alle Einrichtungen und Ausstellungen der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wurden geschlossen, waren einige Wochen geöffnet und wurden dann im November 2020 wiedergeschlossen. Selbst die erst am 23. Oktober 2020 durch Staatsministerin Monika Grütters neue Dauerausstellung der Gedenkstätte Stille Helden musste wieder geschlossen werden. Jetzt sind erst seit einigen Wochen die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Gedenkstätte Plötzensee, die Gedenkstätte Stille Helden und das Museum Blindenwerkstatt Otto Weid wieder für Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher geöffnet. Wir beginnen wieder mit ersten Führungen und Seminaren. Ergänzend dazu haben wir unsere digitalen Angebote erheblich erweitert. Eine Übersicht dazu finden Sie auf unserer Webseite. Auch Materialien, Aufsätze und größere Studien finden Sie dort. So haben wir bis Ende des Jahres 2020 dort fast 12.000 Seiten mit Materialien zur Verfügung gestellt. Jederzeit abrufbar. Dank zusätzlicher Mittel aus dem Programm Neustart Kultur der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien werden sowohl in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand als auch im Webbereich 2021 neue Angebote realisiert werden können. Auf Dauer wird das ausgeweitete digitale Angebot das analoge Angebot nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die besonderen Möglichkeiten des historischen Ortes können in der digitalen Arbeit nur sehr begrenzt genutzt werden. Aber wir werden auch in Zukunft das Angebot der Gedenkstätte Deutscher Widerstand stark an den Interessen unserer Besucherinnen und Besucher orientieren. Es ist nicht absehbar, wie lange uns die Folgen der Pandemie noch beschäftigen werden. Es gilt jetzt, Strukturen zu sichern, das Angebot weiter auszubauen und zu verbreitern und auch neue Möglichkeiten der historisch-politischen Bildungsarbeit auszuprobieren und zu implementieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wieder gilt es, die grundsätzliche Bedeutung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus hervorzuheben, auf die Motive und Ziele der Beteiligten hinzuweisen und deutlich zu machen, wie sie in ihrer Zeit und aus ihrer Zeit heraus gehandelt haben. Insofern ist auch mein Vortrag heute ein Versuch der Rekonstruktion von Ereignissen, die sich vor 77 Jahren ereignet haben und die uns aber heute noch bewegen. Die Abläufe des 20. Juli 1944 sind schon vielfach beschrieben worden. Aber die Diskussionen etwa im Anschluss an den Valkyrie-Film mit Tom Cruise oder die Stauffenberg-Biografie von Thomas Karlauf haben gezeigt, dass es in vielen Punkten immer noch Darstellungs- und Interpretationsunterschiede gibt. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn Deutungen von historischen Ereignissen sind immer nachträgliche Konstruktionen der Beteiligten oder der Nachgeborenen. In diesem Fall sind sie vielfach geprägt durch die lückenhafte Quellenlage oder die nachträgliche Uminterpretation von Ereignissen. Im Zeitverlauf ist daher aber immer wieder ein offener Blick auf die Entwicklung der Überlieferung und auf die Entstehung von Narrativen und deren durchaus Interessengeleitete Durchsetzung notwendig. Das gilt auch und besonders für so durch nachträgliche Interpretationen aufgeladene Ereignisse wie den 20. Juli 1944. Eine kritische Rekonstruktion der Ereignisse haben mein Kollege Uwe Neumärker und ich in den vergangenen Jahren für einen der Schauplätze des historischen Geschehens unternommen, für Hitlers ostpreußisches Hauptquartier, die Wolfschanze. Dabei stellte sich heraus, dass einige Quellen neu erschlossen werden konnten, andere unter Quellen kritischen Gesichtspunkten durchaus neu zu bewerten sind. Damit ermöglicht sich ein klareres Bild auf den 15. und 20. Juli 1944 und insbesondere auf den Ablauf der nationalsozialistischen Gegenaktion am 20. Juli 1944. Vieles von dem, was ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte, wird Ihnen bekannt vorkommen. Tatsächlich sind aber heutige einige Abläufe klarer als bisher darstellbar. Das Attentat Stauffenbergs am 20. Juli 1944 ist das wohl bekannteste Ereignis im ostpreußischen Hauptquartier Hitlers. Im November 1944 wurden die massiven Bunker dort zum Teil gesprengt. Die monumentalen Ruinen ziehen auch heute noch Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern jedes Jahr an. Die Attentatsvorbereitungen reichten weit in das Jahr 1943 zurück. Im Sommer 1943 wies Henning von Tresco darauf hin, dass die täglichen Lagebesprechungen bei Hitler Gelegenheit für ein Attentat durch einen Teilnehmer bieten würden. Er und Stauffenberg hofften, dafür einen der Offiziere des Führerhauptquartiers gewinnen zu können und bezogen dies in ihre Planungen seit dem Herbst 1943 ein. Sie setzten dabei vor allem auf General Helmut Stief, der regelmäßig Zugang zu den Lagebesprechungen hatte. Denn um einen Attentat verüben zu können, musste man erst einmal die Möglichkeit und damit den Zugang haben. Seit Ende Juni 1944 war Klaus Graf Stauffenberg Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Friedrich Fromm. Seit dieser Zeit hielt sich Stauffenberg viermal in unmittelbarer Nähe Hitlers auf. Am 6. und 11. Juli in Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg und am 15. und 20. Juli 1944 in der ostpreußischen Wolfschanze. Jedes Mal hatte er Sprengmaterial und Zünder dabei. Der Sprengstoff, den Stauffenberg am 6. Juli 1944 mit sich führte, war für Stief gedacht, der damit an einem der folgenden Tage das Attentat durchführen sollte. Stief jedoch war dazu nicht mehr bereit. Die Gründe für seine Entscheidung sind unbekannt. Stauffenberg nahm den Sprengstoff wieder mit nach Berlin. In seiner Position als Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres war Stauffenberg für die Durchführung des lange vorbereiteten Staatsstreichs in Berlin fast zwingend erforderlich. Doch nach dem 6. Juli war für Stauffenberg klar, dass er selbst das Attentat durchführen musste. In der Umgebung Hitlers war niemand zu diesem Zeitpunkt zur Tat bereit. Stauffenberg wog das Risiko seiner Festnahme oder seines Todes beim Attentat gegen die aus seiner Sicht zwingenden Notwendigkeit ab, dass möglichst sofort der Umsturzversuch eingeleitet werden musste. Eine komplexere und kompliziertere Entscheidungssituation ist kaum vorstellbar. Am 11. Juli 1944 führte Stauffenberg erneut Sprengmaterial und Zünder mit. Doch auch dieses Mal kam es nicht zur Auslösung. Eine mögliche Ursache liegt in der Abwesenheit von Göring und Himmler, deren gleichzeitige Beseitigung mit Hitler hochrangige Mitverschwörer gefordert haben sollen. Auf einen anderen Umstand hat jüngst Winfried Heinemann hingewiesen. Für den 11. Juli 1944 sind, anders als für den 15. und 20. Juli, keine militärischen Vorbereitungen belegt. Kurz gesagt, hier bleiben noch Fragen offen. Die Rahmenbedingungen für Attentat und Umsturzversuch veränderten sich im Juli 1944 ständig. Die militärische Lage an der Ostfront war desaströs. Ein unmittelbarer Durchbruch der Roten Armee. Bis ins Innere Deutschlands schien nicht ausgeschlossen. Noch im Juli 1944 wurden die deutschen Armeen seit dem Beginn der sowjetischen Offensive am 22. Juni 1944 um Hunderte von Kilometern zurückgeworfen. In dieser militärisch katastrophalen Situation verlegte Hitler sein Hauptquartier. Am 14. Juli 1944 wieder vom Obersalzberg in die ostpreußische Wolfschanze umso näher am militärischen Geschehen zu sein. Stauffenberg begleitete einen Tag später am 15. Juli Friedrich Fromm in das baulich erheblich veränderte Führerhauptquartier. Er musste sich erst einmal einen Überblick über die räumlichen Verhältnisse sowie die zeitlichen und organisatorischen Abläufe verschaffen. Stauffenberg war jedoch entschlossen, das Attentat auszuführen, auch wenn Himmler und Göring nicht anwesend sein sollten. Doch an diesem Tag sollte es keine der normalen, sich oft über Stunden hinziehenden Lagebesprechungen bei Hitler geben. Hektik und Anspannungen kennzeichneten den Tag. Die militärische Lage war so ernst, dass einige dringende Entscheidungen sofort getroffen werden mussten. Eine Besprechung folgte der nächsten, vielfach änderte sich die Zusammensetzung der Teilnehmer. Der Aufenthalt von Stauffenberg am 15. Juli lässt sich verlässlich rekonstruieren. Nachdem sie gegen 9.45 Uhr vom Flugplatz abgeholt worden waren, frühstückten Fromm, Stauffenberg und sein Begleitoffizier Friedrich Klausink im Casino Kurhaus im Sperrkreis 2 der Wolfschanze. Während des Frühstücks telefonierte Stauffenberg dann auch mit Stief und dem General der Nachrichtentruppe Erich Fellgiebel, um letzte Details für das geplante Attentat und den Umsturzversuch abzusprechen. Ab 11 Uhr hatten Fromm und Stauffenberg im inneren Sperrkreis 1 ein erstes Gespräch mit Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Fromm sollte Keitel über die Vorbereitungen für neue Ersatzeinheiten informieren. Und innerhalb der folgenden zwei Stunden hatte Stauffenberg keine Gelegenheit, unbeobachtet den Zünder des Sprengkörpers zu aktivieren. Der Verlauf der zum Teil überraschend angesetzten Besprechungen war hektisch, die Zahl der Teilnehmer erheblich größer als bei anderen Lagebesprechungen. Berichte, nach denen Stauffenberg schon während der Lagebesprechung mehrfach mit Berlin telefoniert habe, lassen sich mit den rekonstruierten Terminen des Tages nicht in Übereinstimmung bringen. Dies war ihm erst nach den Besprechungen bei Hitler am frühen Nachmittag möglich. Es gab also keine mehrfache Kommunikation zwischen den Verschwörern in der Wolfschanze und hier in Berlin. Ein erstmals im Kontext ausgewerteter Filmstreifen mit mehreren Fotos von Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann gestattet die Rekonstruktion einiger Ereignisse unmittelbar vor der Lagebesprechung und den nachfolgenden Konferenzen. Er erlaubt auch Klarheit über einige der Teilnehmer zu gewinnen und zeigt durch deren politische und militärische Bedeutung, dass es sich in der Tat nicht um normale Lagebesprechungen handelte. Nach zwölf Uhr begab sich Hitler gemeinsam mit Keitel und Generaloberst Jodel zur Lagebesprechung. Dort begrüßte er zuerst den Generalfeldmarschall Walter Modell. Modell, Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe, war seit dem 28. Juni 1944 auch mit der Führung der Heeresgruppe Mitte beauftragt. Er hatte am 13. Juli 1944 um Vortrag bei Hitler gegeben, gebeten, weil sich der ostpreußische Gauleiter Erich Koch darüber beschwert hatte, dass sich, Zitat, tausende Soldaten der Heeresgruppe Mitte, Zitat Ende, im Bereich Bialystok nach Westen bewegten und es unverständlich sei, warum diese Soldaten nicht sofort zum Stellungsbau eingesetzt werden würden. Modell hatte dies empört zurückgewiesen. Auch Gauleiter Koch, wenige Wochen zuvor von Hitler mit dem Stellungsbau in Ostpreußen beauftragt, war am 15. Juli 1944 in der Wolfschanze, um an den Besprechungen über die Befestigungen teilzunehmen. Auf weiteren Fotos stehen mehr als ein Dutzend Offiziere ungezwungen vor der Baracke, in der sich wenige Tage später der Anschlag ereignen wird. Ihre fröhlichen Gesichter passen nicht zur Spannung des Tages. Im Anschluss an das kurze Gespräch mit Modell begrüßte Hitler Generalleutnant Hans Krebs und danach den General der Flieger Karl Bodenschatz. Das ist das bekannteste Foto aus dieser Serie. Stauffenberg war bereits eingetroffen und stand neben Bodenschatz in Habachtstellung. Alle Lagebesprechungen, die mittags stattfanden und wegen des nach hinten verschobenen Tagesablaufs Hitler, den euphemistischen Namen Morgenlage trugen, fanden zwischen dem 15. und 20. Juli in der Lagebaracke, auch Gästebaracke oder Speerbaracke genannt, statt. Bemerkenswert ist, dass auf keinem der überlieferten Fotos Generaloberst Fromm zu sehen ist. Geisberg, einer der Begleitoffiziere, erinnerte sich später, dass Hitler vor der Lagebesprechung sowohl Fromm als auch Stauffenberg mit Handschlag begrüßt habe. Zu sehen ist dies nicht. Hitler wurde in der Morgenlage an diesem Tag vor allem über die kritische Situation an der Ostfront im Bereich der Heeresgruppe Mitte informiert. In einer etwa halbstündigen sogenannten Sonderbesprechung. Im Anschluss an die Lagebesprechung wurde dann über den Stellungsbau in Ostpreußen und vor allem auch darüber gesprochen, wie die sogenannten versprengten Soldaten, die von ihren Einheiten getrennt waren, wieder eingebaut in die militärische Organisation werden konnten. Dabei galt es, die oben kurz geschilderten zwischen Model und Koch aufgebrochenen Konflikte auszugleichen. Doch nicht nur zwischen der Wehrmacht und der zivilen Verwaltung gab es in diesen Tagen heftige Spannungen über das weitere Vorgehen. Auch für das Verhältnis von Wehrmacht und Waffen-SS fielen an diesem Tag wichtige Entscheidungen, die vor allen Dingen von Bernhard Kröner und Winfried Heinemann aufgearbeitet worden sind. Denn nach der Sonderbesprechung fand noch ein kurzes Gespräch zwischen Hitler und Fromm statt, an dem auch Stauffenberg teilnahm. Es spricht viel dafür, dass Hitler in diesem Gespräch Fromm einschneidende Veränderungen seiner Zuständigkeiten mitteilte. 15 neu aufzustellende Divisionen sollten nicht mehr dem für die Ausbildung neuer Formationen zuständigen Fromm, sondern sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Truppendienst Heinrich Himmler und der Waffen-SS unterstellt werden. Damit war Himmler seinem offensichtlichen Ziel, selbst das Ersatz hier zu übernehmen und damit größeren Einfluss zu gewinnen, näher gekommen. Fromm und Keitel fuhren gegen 14.30 Uhr zu Keitels Sonderzug in der Nähe, um während des Mittagsessens die Konsequenzen von Hitlers neuer Weisung zu erörtern. Stauffenberg begab sich erst auf einen Parkplatz in der Nähe, wo Friedrich Karl Klausing auf ihn wartete und sprach dort mit Stief und Fellgiebel. Erst danach telefonierte Stauffenberg mit Berlin, wie es hieß. Dies ist das einzige nachweisbare Telefongespräch von ihm aus der Wolfstandsamt, 15. Juli 1944. Stauffenberg führte es mit Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, der sich in seiner Berliner Wohnung aufhielt. Merz informierte daraufhin General Friedrich Olbricht im Bändlerblock, der nach 15 Uhr die bereits in Berlin angelaufene Operation Walküre stoppte und als Übung aufgab. Nach einem kurzen Mittagessen wurden Fromm, Stauffenberg und General Walter Buhle zu Heinrich Himmlers sogenannter Feldkommandostelle Hochwald gefahren, wo sie gegen 16.15 Uhr eintrafen. Sie sprachen über die Unterstellung der neuen Divisionen unter Himmler. Für Bernhard Kröner stellt diese Besprechung, Zitat, Die Kapitulation des Befehlshabbers des Ersatzheeres und damit einer eigenständigen personellen Heeresorganisation dar. Himmler griff in dieser Sitzung deutlich über seine ihm von Hitler erteilten Ermächtigungen hinaus, Zitat Ende. Sicher ist, dass der für Fromm geplante Abflugtermin vom Flugplatz Lötzen um 17 Uhr nicht eingehalten werden konnte. Vermutlich erst nach 18.30 Uhr startete die Maschine mit Fromm nach Berlin. Stauffenberg kehrte mit dem regelmäßig verkehrenden Zug des Oberkommandos der Wehrmacht in derselben Nacht nach Berlin zurück. Stauffenbergs Bruder Berthold sagte zu den Ereignissen des 15. Juli, wenige Tage nach dem 20. Juli vor der Gestapo aus, Zitat, Ich weiß, dass mein Bruder die Überlegung, das Attentat durchzuführen, auch schon bei seinem vorletzten Vortrag im Führerhauptquartier am vergangenen Sonnabend gehabt hat. Mein Bruder hat mir gesagt, dass plötzlich eine Besprechung angesetzt worden sei, bei der er selbst habe vortragen müssen, sodass er keine Möglichkeit gehabt habe, das Attentat zu verüben. Zitat Ende. Diese Aussage, obwohl vor der Gestapo, ist die zeitnaheste Quelle zu den Ereignissen des 15. Juli 1944. Für alle anderen Interpretationen, die vor allem in eine Diffamierung von General Stief münden, diese habe die Nerven verloren oder Stauffenbergs sogar die Tasche mit dem Sprengstoff weggenommen, gibt es die außer den Aussagen von Hans-Bernd Gisewius, die er im Januar 1945 gegenüber dem amerikanischen Geheimdienst OSS machte und später in seinen Büchern mehrfach wiederholte, keinerlei Belege. Dies war politische Kolportage, begründet in dem Wunsch von Gisewius, seine eigene Position gegenüber dem amerikanischen Geheimdienst im Frühjahr 1945 zu stärken und Stauffenberg und seine Mitverschwörer zu diffamieren. Doch sein Bild hat sich lange auch in der wissenschaftlichen Literatur durchsetzen können. In den Verhören bei der Gestapo Ende Juli 1944 und auch vor dem sogenannten Volksgerichtshof am 7. August 1944 behauptete Stief selbst, er habe Stauffenberg am 15. Juli 1944 davon abgeraten, das Attentat durchzuführen. Dass diese Schutzbehauptung der Tatsache entsprach, lässt sich nicht belegen. Sicher ist nur, dass Stief selbst zu dieser Zeit nicht mehr bereit war, selbst das Attentat durchzuführen. Aber das war für Stauffenberg am 15. Juli schon nichts Neues mehr. Doch durch das Geschehen und, wenn man so will, durch das Misslingen am 15. Juli 1944, war Stauffenberg in der Lage, sich für seinen nächsten Attentatsversuch am 20. Juli 1944 besser vorzubereiten. Der Ablauf der Ereignisse bis zur Explosion der Bombe kurz nach 12.40 Uhr ist weitgehend bekannt. Stauffenberg fliegt mit seinem Adjutanten Werner von Haften zur Wolfschanze. Nach einem Frühstück und einer Besprechung bei Keitel fragt er kurz vor 12.30 Uhr dessen Adjutanten, wo er vor der Lagebesprechung noch schnell das Hemd wechseln und sich ein wenig frisch machen kann. Jürgen von Freyand, der Adjutant, bietet dafür sein eigenes Zimmer an. Stauffenberg und Haften begeben sich dorthin, um die chemischen Zünder für die Sprengstoffpakete zu schärfen. Weil Stauffenberg bei seiner Verwundung in Nordafrika im April 1943 ein Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken Hand verloren hat, benötigt er dafür eine kleine Spezialzange, die seinen Verletzungen angepasst und entsprechend verformt worden ist. Diese Zange hat ihm sein Bruder Berthold zur Verfügung gestellt. Unerwartet werden Stauffenberg und Haften von einem Oberfeldwebel gestört, der sie zur Eile mahnt und ihnen mitteilt, dass die Lagebesprechung begonnen hat. Stauffenberg ist es zu diesem Zeitpunkt lediglich gelungen, eine der beiden vorgesehenen Sprengladungen mit circa einem Kilo Sprengmaterial für die Explosion vorzubereiten. Da der Oberfeldwebel im Raum verbleibt und Keitels Adjutant vom Flur aus noch nach Stauffenberg ruft, kann die zweite Ladung nicht mehr entsprechend präpariert werden. Diese zweite Sprengladung packt Werner von Haften rasch in seine Aktentasche. Stauffenberg geht jetzt zu Fuß von der Unterkunft Keitels zur Lagebaracke. Dort hat die sogenannte Morgenlage gerade um 12.30 Uhr begonnen. General Adolf Heusinger, Generalleutnant Adolf Heusinger, trägt über die Lage an der Ostfront vor und etwa zehn Minuten nach Beginn der Besprechung bestritt Stauffenberg den Lagerraum und wird von Keitel kurz Hitler vorgestellt. Er fragt, ob Stauffenberg unverzüglich über den Einsatz der sogenannten Sperredivisionen berichten soll. Hitler verneint, er will erst die Berichte zur Situation an den Fronten hören. Stauffenberg stellt die Aktentasche mit dem Sprengstoff und dem Zeitzünder in die Nähe Hitlers rechts neben den rechten Tischsockel. Er verlässt danach den Raum mit der Begründung, noch einmal kurz telefonieren zu müssen. Die Aktentasche näher an Hitler abzustellen, ist ihm in dem fast überfüllten Lagerraum, in dem sich jetzt insgesamt 25 Menschen aufhalten, nicht möglich. Einige Berichte erwähnen, dass Oberst Brandt, der beim Attentat tödlich verletzt wird, die Aktentasche weiter unter den Tisch geschoben habe, weil sie ihn behinderte. Stauffenberg verlässt den Führersperrkreis und eilt zum Zimmer des Wehrmacht-Nachrichtenoffiziers Oberleutnant Sander, Oberstleutnant Sander. Dort wartet Werner von Haften auf ihn und hier trifft er auch Erich Fellgiebel. Ein Pkw für die Rückfahrt vom Flughafen steht schon bereit. Zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr explodiert dann die von Stauffenberg deponierte Sprengladung. Von den 24 in der Lagebaracke Anwesenden leiden vier tödliche Verletzungen. Nahezu ausnahmslos werden die anderen mehr oder weniger schwer verletzt. Hitler überlebt hingegen das Attentat mit leichteren Verletzungen. Der Stenograf Heinrich Berger stirbt noch am selben Tag. General Günther Korten und Oberst Heinz Brandt erliegen am 22. Juli 1944 ihren Verletzungen. Und der am 25. Juli 1944 noch zum General der Infanterie beförderte Rudolf Schmund stirbt am 1. Oktober 1944. Der Lagerraum ist weitgehend zerstört, die Deckenverkleidung heruntergefallen. An der Stelle, wo der Sprengkörper explodiert, ist klafft ein ca. 50 cm großes Loch im Fußboden. Die Wand zum Nachbarraum ist eingestürzt. Durch die leichte Bauweise der Baracke im Vergleich zu den Bunkern im Führerhauptquartier ist der größte Teil der Explosionswucht nach außen und nach unten gegangen. Noch während er mit Fellgiebel vor der Baracke vor der Adjutantur spricht, sieht Stauffenberg aus weniger als 200 Metern Entfernung die Explosion. Stauffenberg ist fest überzeugt, dass Hitler tot ist. Und diese Überzeugung behält er bis zum frühen Abend bei. Er und Haften können kurz darauf die Wolfschanze verlassen und fahren zum Flugplatz Wilhelmsdorf. Unterwegs wird Haften die zweite, nicht gezündete Sprengladung aus dem Wagen. Sie starten gegen 13.15 Uhr zum Rückflug nach Berlin-Rangsdorf. Auf die Ereignisse in Berlin nach ihrer Landung gegen 15.30 Uhr soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es ist viel darüber spekuliert worden, warum die in Berlin wartenden Verschwörer nicht unmittelbar Nachricht aus der Wolfschanze über das Gelingen oder Misslingen des Attentats erhalten haben. Die zumeist nach 1945 entstandenen Quellen sind sehr widersprüchlich. Gesichert scheint aber heute, dass vor 15.30 Uhr keine Informationen im Bentlerblock eintrafen und erst nach der Landung Stauffenbergs in Berlin die scheinbare Gewissheit über den Tod Hitlers bestand und erst danach wurde die Operation Walküre in Gang gesetzt. Doch zurück in die Wolfschanze und zur Gegenaktion der nationalsozialistischen Führung. Winfried Heinemann hat in seiner Militärgeschichte des 20. Juli 1944 jüngst darauf hingewiesen, Zitat, dass das Regime selbst keine gute Figur abgegeben habe, Zitat Ende. Weder habe das Attentat verhindert werden können, noch sei frühzeitig erkannt worden, dass es sich nicht nur um ein Attentat, sondern um einen damit verbundenen Umsturzversuch gehandelt hat. Dieser Befund lässt sich an den Quellen für den Nachmittag des 20. Juli 1944 noch verschärfen. Es ist erstaunlich, wie verzögert die in der Wolfschanze versammelte nationalsozialistische Führung reagiert. Tatsächlich werden Himmler, Großadmiral Dönitz, der Reichsmarschall Göring kurz nach der Explosion informiert und begeben sich umgehend in die Wolfschanze. Auch ein Teil der Kommunikationsverbindungen wird gesperrt, aber eine komplette nachrichtentechnische Abriegelung können weder der dafür von den Verschwörern vorgesehene General Erich Fellgiebel noch die NS-Führung selbst durchführen. Eine Stunde nach dem Attentat erreicht der Reichsinnenminister und Reichsführer SS Heinrich Himmler die Wolfschanze. Er begibt sich zu Hitler. Der Verdacht, das Attentat verübt zu haben, richtet sich zunächst gegen die in der Wolfschanze tätigen Arbeiter der sogenannten Organisation TOT, der Bauarbeiter- und Zwangsarbeiterorganisation des nationalsozialistischen Regimes. Die in der Nähe der Lagebaracke tätigen Arbeiter der OT werden festgesetzt, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen, als die Täterschaft Stauffenbergs feststeht. Rüstungsminister Albert Speer, dessen Erinnerungen allerdings mit besonderer Quellen kritischer Vorsicht zu betrachten sind, erfährt am späten Mittag vom Attentat in Berlin. Er sitzt zu dieser Zeit gemeinsam mit Reichswirtschaftsminister Funk und dem Reichsprogramm-Akwander Minister Goebbels in dessen Arbeitszimmer nach einer Veranstaltung mit hohen Regierungs- und Wirtschaftsvertretern zusammen. Zitat. Wir unterhielten uns wie meist in letzter Zeit über noch bestehende oder versäumte Gelegenheiten zur Mobilisierung der Heimat, als ein kleiner Lautsprecher meldete, Herr Minister wird dringend vom Hauptquartier verlangt. Dr. Dietrich, also der Reichspressechef, ist am Apparat. Goebbels schaltete ein. Lassen Sie es hierher legen. Nun erst ging er zum Schreibtisch, nahm den Hörer ab. Dr. Dietrich, ja, hier Goebbels. Was, ein Attentat auf den Führer? So eben. Der Führer lebt, sagen sie. So, in der Speerbaracke. Weiß man schon Näheres? Der Führer meint einer der OT-Arbeiter? Dietrich musste sich kurz fassen, das Gespräch war zu Ende. Abgesehen von der bemerkenswerten Fähigkeit, wörtliche Dialoge noch nach Jahrzehnten wiedergeben zu können, scheinen die beiden Reichsminister, wenn diese Schilderung plausibel ist, den Attentatsversuch nicht besonders ernst genommen zu haben. Im Anschluss daran begibt sich Speer seiner Erinnerung nach, wie er es nennt, in ministerieller Routine, zu einem verspäteten Mittagessen mit Oberst Gerhard Engel, dem früheren Adjutanten Hitlers. Erstaunlicherweise wird auch Goebbels erst am späten Nachmittag gegen 17.45 Uhr aktiv, als sich ein Offizier des Wachbataillons Großdeutschland bei ihm meldet. Auch er geht bis dahin davon aus, es handelte sich um das gescheiterte Attentat eines Einzeltäters. Gegen 14 Uhr lenkt in der Wolfschanze ein Telefonist den Verdacht auf Stauffenberg. Dieser habe kurz vor der Explosion ohne Aktentasche, Mütze und Koppel sehr eilig die Besprechung verlassen. Jetzt nach 14 Uhr telefoniert Himmler mit dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Dieser soll sofort die Tatortspezialisten des Reichskriminalpolizeiamts und die Sabotagespezialisten der Geheimen Staatspolizei nach Rastenburg schicken. Dies tut Kaltenbrunner auch und er fliegt vom Flugplatz Berlin-Tempelhof selbst nach Ostpreußen mit. Bald darauf gibt Himmler eine telefonische Weisung nach Berlin, Stauffenberg bei der Landung in Rangstorf festnehmen zu lassen. Dieser Befehl kommt jedoch zu spät. Stauffenberg und Haften werden bei ihrer Landung gegen 15.30 Uhr nicht festgenommen. Erstaunlicherweise befiehlt Himmler zu diesem Zeitpunkt keinerlei weitgehende Sicherungsmaßnahmen, nicht einmal für das Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrechts-Straße selbst. Stauffenberg gilt zu dieser Zeit noch als Einzeltäter. So verwundert es nicht, dass sich 15 Uhr Himmler in der Wolfschanze mit Keitel und Bormann trifft. Sie besprechen die Lage bei einem Mittagessen. Anschließend besichtigt Himmler den Ort des Anschlags. Zu diesem Zeitpunkt werden weder zivile noch militärische oder NSDAP-Dienststellen über das in der Wolfschanze Vorgefallene informiert. Es laufen allerdings Vorbereitungen für eine Rundfunkrede Hitlers, die erst für den frühen Abend geplant wird, tatsächlich dann aber erst nach Mitternacht ausgestrahlt bzw. aufgenommen werden kann. Denn nicht einmal hierfür sind in der Wolfschanze die Voraussetzungen gegeben. Es muss erst einmal ein Übertragungswagen aus Königsberg herangeführt werden. Inzwischen laufen die normalen Vorbereitungen für einen Besuch Benitus Mussolinis weiter. Gegen 16 Uhr trifft der sogenannte Duce mit einem Sonderzug auf dem Bahnhof des Führerhauptquartiers ein. Presse- und Wochenschaufotografen halten das Ereignis fest. Da mittlerweile Regen eingesetzt hat, trägt Hitler einen Regenumhang. Er kann Mussolini nur mit der linken Hand begrüßen, da die Rechte bei der Explosion stark geprellt worden ist. Auf dem Fußweg vom Bahnhof zur Wolfschanze bespricht sich Hitler erneut mit Himmler. Und erst danach, nach 16 Uhr, erreichen die Wolfschanze erste Anfragen aus Berlin, in denen über merkwürdige Truppenbewegungen berichtet wird. Kurz vor 17 Uhr erhält Keitel, der nicht an der Begrüßung Mussolinis teilnimmt, einen Anruf von Generaloberst Friedrich Fromm aus dem Oberkommando des Heeres hier im Berliner Bändlerblock. Bevor Keitel mit Fromm verbunden wird, ist dessen Adjutant, John von Freyand, am Telefon. Er berichtet dann später über dieses Telefongespräch. Er spricht mit Fromm. Fromm glaubt nicht, dass das Attentat misslungen sei. Er habe Fromm beschworen, sofort ins Hauptquartier zu kommen, um die weitere Entwicklung abzuwarten und entsprechende Befehle mitzunehmen. Zitat Die Tatsache, dass Stauffenberg der Attentäter war, war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Fromm lehnte das Herüberkommen ab. Als ich nichts ausrichten konnte, stellte ich zunächst noch unsere Maschine, also das Flugzeug, zur Verfügung und machte Keitel, ehe ich ihm das Telefon übergab, einen gleichartigen Vorschlag. Keitel bestätigte darauf das Missglücken des Attentats, gab ihm einige Weisungen über das sofort zu veranlassende und forderte ihn ebenfalls auf, sofort ins Führerhauptquartier zu fliegen. Zitat Ende. Bis kurz vor 17 Uhr ist in der Wolfschanze also weiterhin nur der Name des Attentäters bekannt. Dass mit dem Attentat ein Umsturzversuch verbunden ist, wissen Sie Angehörigen in der NS-Führung in der Wolfschanze nicht. Ebenso wenig kennen Sie die Namen weiterer Beteiligter. Himmler ruft das Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrechts-Straße in Berlin an. Und befiehlt jetzt, Stauffenberg in der Bändlerstraße unauffällig festnehmen zu lassen. Da Kaltenbrunner gerade mit dem Flugzeug zur Wolfschanze unterwegs ist, erhält ein Gruppenleiter, SS-Oberführer Hubert Achammer-Piframmer, diesen Auftrag. Er begibt sich mit nur vier Mann in den Bändlerblock und wird hier von den Verschwörern unrühmlich festgesetzt. Die unauffällige Festnahme Stauffenbergs ist damit gescheitert. Nach 17 Uhr gehen auch in der Wolfschanze die ersten Befehle aus der Berliner Zentrale der Verschwörung ein, die seit 16.45 Uhr gesendet werden. Sie tragen die Unterschriften von Stauffenberg und Witzleben. Also erst jetzt, mehr als fünf Stunden nach dem Attentat, wird der nationalsozialistischen Führung bewusst, dass sie es nicht nur mit einem Einzeltäter zu tun haben, sondern mit einem Umsturzversuch, in dessen Zentrum die Dienststelle des Befehlshabers des Ersatzheeres steht. Hitler ernennt umgehend Heinrich Himmler zum Nachfolger Fromms. Fromm wird in den folgenden Stunden im Führerhauptquartier als die treibende Kraft hinter dem Umsturzversuch angesehen. Kurz darauf telefoniert Hitler mit Goebbels. Dieser soll eine Rundfunkmeldung über das Attentat veranlassen und mitteilen, dass Hitler überlebt habe und nur leicht verletzt sei. Das wird dann im Rundfunk erstmals nach 17.42 Uhr gesendet, 18.28 Uhr, 18.38 Uhr und dann vielfach in den folgenden Stunden. Kurz vor 18.00 Uhr beauftragt Keitel dann den stellvertretenden Chef des Wehrmachtführungsstabes General Warlimont, alle Wehrkreiskommandos telefonisch oder durch Funk über das Scheitern des Attentats zu informieren. Danach erhält er auch den Befehl, die Oberbefehlshaber der OKW-Kriegsschauplätze, also an der Nord- und Westfront in Italien und auf dem Balkan, telefonisch über das Attentat und den Umsturz versucht zu informieren. Also, in der militärischen Kommandostruktur erfolgt zum ersten Mal seit etwa 18.00 Uhr eine Information. Die Gegenbefehle aus der Wolfschanze werden an die einzelnen Kriegsschauplätze weitergeleitet. Keitel, Warlimont, Burgdorf, Jodel, sie alle telefonieren laufend mit den einzelnen Wehrkreisen und den Frontkommandos und erklären die aus Berlin kommenden Befehle für ungültig. Gegen 18.00 Uhr beendet Mussolini seinen Besuch und wird von Hitler, Göring, Rippentrop und Keitel am Bahnhof verabschiedet. Heinrich Himmler ist mittlerweile wieder in seiner Feldkommandostelle Hochwald eingetroffen, fährt gegen 18.15 Uhr zum Flugplatz Lötzen, wo er auf den gerade eingetroffenen Kaltenbrunner und das aus Berlin eingetroffene Kriminalkommando trifft. Bis zu dieser Zeit hat Himmler noch keinerlei grundlegende oder grundsätzliche Befehle an dem ihm unterstehenden großen Repressionsapparat gegeben. Gegen 19.30 Uhr starrten dann Himmler, Kaltenbrunner und einige andere hohe SS-Führer aus dem persönlichen Stab Himmlers nach Berlin. Sie landen gegen 21.30 Uhr in Tempelhof. Bezeichnend ist, dass Himmler nicht etwa sofort in sein Hauptquartier in der Prinz-Albrechts-Straße fährt, sondern sich zu einem Ausweichquartier des SS-Führungshauptamtes in Bad Saro begibt. Dem obersten Polizeichef Deutschlands scheint die Situation in Berlin noch zu unklar zu sein. Er begibt sich an die Peripherie. Erst nach einem kleinen Essen in Bad Saro und offensichtlich einigen Telefonaten fährt Himmler nach Berlin weiter, wo er sich nach Mitternacht in der Wohnung von Goebbels mit diesem Speer, Kaltenbrunner und anderen zu weiteren Besprechungen trifft, die er dann in seinem Kalender als Niederschlagung der Revolte von Stauffenberg und so weiter bezeichnet. Goebbels hat sich später darüber mokiert, dass er in den entscheidenden Stunden Himmler nicht habe erreichen können und seine eigene Rolle natürlich auch völlig unsinnig hochstilisiert. Gegen 19 Uhr erhält Hitler in der Wolfsstand seinen Anruf von Goebbels, der ihn mit Major Otto Ernst Rehmer, dem Kommandeur des Berliner Wachbataillons Großdeutschland, verbindet. Dieser hat im Rahmen des Umsturzversuches die Aufgabe erhalten, mit seinen Soldaten das Regierungsviertel abzusperren. Hitler befiehlt Rehmer stattdessen sofort gegen die Verschwörer zu gehen und damit beginnt in Berlin die erste Gegenaktion mehr als sechs Stunden nach dem Attentat. Nach 20 Uhr teilt Keitel den Bewehrkreisbefehlshaber in die Ernennung Himmlers zum Befehlshaber des Ersatzheeres mit. Befehle seien nur von Keitel oder Himmler anzunehmen. Zitat, Etwaige Befehle von Fromm, von Witzleben oder Höppner sind ungültig. Zitat Ende. Hier nennt Keitel erstmals den Namen von Generaloberst Erich Höppner als Beteiligten, der erst zu dieser Zeit wegen einiger in seinem Namen erteilter Befehle in der Wolfschanze bekannt geworden ist. Nach dem 20. Juli 1944 war den in der Wolfschanze versammelten hohen Offizieren ihr spätes Agieren offenbar peinlich. Sie schreckten dabei vor Fälschungen der eigenen Unterlage nicht zurück. So verlegt der Tätigkeitsbericht des Chefs des Heerespersonalamtes die Aktivitäten Keitels zur Benachrichtigung der Wehrkreisbefehlshaber schon auf den frühen Nachmittag und gibt einen frei erfundenen Befehl Keitels wieder, den es in dieser Form nie gegeben haben kann. Auch andere Dokumente, die ein früheres Agieren der militärischen Führung in der Wolfschanze belegen sollen, halten einer näheren Prüfung nicht stand. Erst jetzt, nach 20 Uhr, wird in der Wolfschanze langsam der Umfang der Verschwörung bekannt. Warlimont berichtet im Offiziersheim im Schwerkreis 2 seinen Offizieren über das Attentat, das er selbst als Augenzeuge erlebt und überlebt hat. Es sei so gut wie sicher, Zitat, dass das Attentat durch einen Offizier im Auftrag einer Gruppe ehemaliger höherer Offiziere, die höchstwahrscheinlich mit dem Befehlshaber des Ersatzjahres selbst in Verbindung standen, ausgeführt worden sei. Zitat. Erst jetzt erhalten der zivile Sektor und der NSDAP-Sektor überhaupt erste Informationen. Martin Bormann leitet Informationen an die ihm unterstellten Gauleiter weiter. Er weist nach 20 Uhr 30 darauf hin, dass nur Befehle Hitlers und seiner Männer zu befolgen sind. Der Reichsführer SS habe sofort alle notwendigen Vollmachten erhalten. Die Gauleiter sollen Kontakt zu den Polizeiführern in ihren Bereichen aufnehmen. Damit sollen die führenden regionalen Funktionäre von NSDAP und Polizeiträger einer Gegenaktion sein. Bormann leitet in einem weiteren Fernschreiben an alle Gauleiter Hitlers Befehl weiter, dass alle Personen, die in Verbindung mit Generaloberst Friedrich Fromm, Höppner, von Witzleben und Stauffenberg stehen dünden sofort festgenommen werden sollen. Erst nach 21.20 Uhr wird auch die Beteiligung von General Friedrich Olbricht, der Chef des Allgemeinen Heeresamtes am Umsturzversuch in der Wolfschanze bekannt. Interessant ist, dass ebenso wie nach dem Attentat von Georg Elser am 9. November 1939 sofort eine Sprachregelung in die Welt gesetzt wurde, der englische Geheimdienst sei der Urheber des Anschlages auch am 20. Juli 1944 wieder von Bormann ausländische Mächte verantwortlich gemacht werden. Zitat Das reaktionäre Verbrechergesindel hat offenbar nach Verabredung mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland in Moskau General von Seidlitz und Graf von Einsiedel den Anschlag gegen den Führer und dem Führer treuergebenden Offiziere inszeniert. Nach Gelingen des Anschlags sollte die vollziehende Gewalt von der Generalsklicke Fromm Olbricht Hübner übernommen werden. Dass dieser sogenannte Friede das Leben des deutschen Volkes kosten würde, liegt klar auf der Hand. Tatsächlich nennt Bormann Olbricht nur Olbricht und aus General Höppner wird in seinem Fernschreiben General Hübner. In den folgenden Stunden wird dann der Umsturzversuch im Bändlerblock aber weder von Kräften der Polizei und der SS oder von Major Rema niedergeschlagen. Es sind die regimetreuen Offiziere des Befehlshabers des Ersatzheeres und des allgemeinen Heeresamtes, die in den späten Abendstunden Fromm befreien und die Verschwörer festsetzen. Kurz darauf lässt Friedrich Fromm Klaus Graf von Stauffenberg und seine Freunde im Innenhof des Bändlerblocks erschießen. Generaloberst Beck erhält die Gelegenheit zum Selbstmord, als das scheitert, befiehlt Fromm auch ihn zu erschießen. Zusammenfassend trotz seiner schweren Verwundung und seiner Funktion für den Umsturzversuch in Berlin entschließt sich Stauffenberg nach dem 6. Juli 1944 selbst den Anschlag auf Hitler zu unternehmen. Dies Personalnot der Verschwörer deutlich. Sie haben jedoch im Führer Hauptquartier niemanden mehr, der bereit ist, die Aktion gegen Hitler selbst durchzuführen. Am 11. Juli 1944 unterbleibt das Attentat. Hier stehen nach jetzigem Wissen Stand zwei Interpretationen nebeneinander, die sich aber auch ergänzen können. Zum einen waren Göring und Himmler nicht anwesend und Stauffenberg zündete daher den Sprengsatz nicht. Zum noch nicht weit genug vorangeschritten. Am 15. Juli kam Stauffenberg in der Wolfschanze in eine ihm völlig fremde Umgebung. Es war auch nicht eine der routinemäßigen Lagebesprechungen, sondern an diesem Tag jagte vor dem Hintergrund der katastrophalen militärischen Lage eine Besprechung die nächste. Stauffenberg war so in die bürokratisch- militärischen Abläufe des Tages eingebunden, dass er keine Möglichkeit hatte, die Bombe entsprechend zu schärfen. Am 20. Juli 1944 selbst explodierte der Sprengkörper, jedoch nur damit der Hälfte des Sprengmaterials Hitler überlebte. Die in der Wolfschanze versammelte militärische und politische Spitze des NS-Regimes ging lange von einem Einzeltäter Stauffenberg aus. Maßnahmen gegen einen möglichen Umsturzversuch oder besondere Sicherungsmaßnahmen außerhalb der Wolfschanze wurden nicht ergriffen. Der Sicherheitsapparat blieb untätig. Weder die Dienststellen der deutschen Polizei noch die Wehrmacht noch die NSDAP erhielten Großalarm. Stauffenberg sollte erst bei der Ankunft in Berlin dann Zitat nach 20 Uhr. Viele Zivilisten und Offiziere wurden über das Geschehen aber erst durch die nächtliche Ansprache Hitlers oder aus den Zeitungen des nächsten oder übernächsten Tages informiert. Die nationalsozialistische Führung hatte kein Attentat und keinen Umsturzversuch erwartet und war entsprechend schlecht vorbereitet. Vor diesem Hintergrund wären die Chancen für die Durchführung der Operation Walküre vielleicht nicht so schlecht gewesen wie in der Zeit nach 1945 vielfach behauptet wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können uns den Druck unter dem Stauffenberg und seine Freunde in den Wochen vor dem 20. Juli 1944 stand kaum vorstellen und kaum nachvollziehen. Er, der für die Durchführung des Umsturzversuches in Berlin eigentlich zwingend erforderlich ist, entscheidet sich trotz aller Risiken das Attentat selbst durchzuführen. Dies zeigt aber auch, dass er für die Sicherstellung des militärischen Ablaufs in Berlin noch mehr als bisher auf seine mitverschworenen Albrecht Ritter Merz von Körnheim und Friedrich Ulbricht angewiesen ist und sich auf diese verlässt. Seine Entscheidung, jetzt selbst das Attentat durchzuführen, ich kann es nur noch einmal wiederholen, zeigt, wie klein der Kreis der wirklich Entschlossenen war. Ich habe heute versucht, Ihnen die Ereignisse des 15. und 20. Juli 1944 noch einmal in gedrängter Form vor Augen zu führen. Ausführlich nachlesen und mit vielen Belegen versehen können Sie dies in wenigen Wochen, wenn die Forschungsergebnisse von Uwe Neumärker und mir in gedruckter Form unter dem Titel der 20. Juli 1944 im Führerhauptquartier Wolfschanze vorliegen wird. Wir wollen damit auch zu einer kritischen Diskussion über den heutigen Umgang mit der Wolfschanze vor allem mit ihrer touristischen Nutzung anregen. Besucherinnen und Besucher erleben die massiven Ruinen ohne historische Einordnung und Aufklärung lediglich mit sehr knappen Informationstafeln. Sie können dann im Anschluss an die Besichtigung kleine gläserne Totenköpfe oder anderen Kitsch erwerben. Nachdenklichkeit über einen Ort, von dem aus zwischen 1941 und 1944 die europäische Geschichte maßgeblich beeinflusst wurde, kann so nicht entstehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.